Ja, hallo meine Freunde, Vorweihnachtszeit, könnte man fast sagen, ist echt eine extrem ruhige Zeit, muss man lassen, und da es heute extrem ruhig ist und für mich heute eigentlich auch nichts mehr ansteht, denn Dino liegt leider im Bettchen, gute Besserung, mein guter, würde ich sagen, ja, bevor wir sinnlos vor der Glotze hocken, also vor dem PC, machen wir was Sinnvolles, und zwar ab 15 Uhr Livestream eure Track Simulator 2 wieder im Multiplayer wieder zusammen mit den Clicki, 15 Uhr, 15 Uhr 5, 15 Uhr 15, je nachdem, Ah, dann klicke die Zeit, würde ich sagen, auf twitch.tv.ozygaming, also wenn ihr noch Bock habt, Zeit habt, gerade nichts zu tun habt, whatever, 15 Uhr twitch.tv.ozygaming, ETS Livestream, und nur ETS, wie lange, vielleicht bis um 5, vielleicht bis um 6, mal gucken, wie lange wir Bock haben, aber mal gucken, wie lange es spielbar ist, ja, das ist ja noch das Wichtigere, also wir sehen uns, meine Freunde, und ja, ich hoffe, ich stelle euch damit einen Gefallen, ne, ciao, ciao.